Hier ist Electric Drive. Und ab geht die Post. Nach dem Citroën e-Berlingo haben wir nun auch die News zum Opel-Kombo e-Cargo. Damit hallo und herzlich willkommen zu Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Wir haben die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass wir zukünftig auch Familien in rein elektrisch angetriebene Hochdach-Vans bekommen. Denn Opel verspricht Platz für Mensch und Maschine. Der 4,40 m lange Kombo e-Cargo verfügt über einen Radstand von 2.785 mm. Er kann bei einem Ladevolumen von 3,3 bis 3,8 m³ bis zu 3.090 mm lange Gegenstände und bis zu 800 kg Anladung transportieren. Der 4,75 m lange Kombo e-XL verfügt über einen Radstand von 2,98 m³. Er bietet ein bis zu 4,4 m³ großes Ladeabteil und Platz für bis zu 3,44 m langes Arbeitsgerät. 6 Verzurösen am Boden und optional weitere 4 an der Wand halten während der Fahrt alles dort, wo es hingehört. Besonders lange Gegenstände lassen sich dank der optionalen Dachklappe auch schräg mit auf Tour nehmen. Den e-Cargo gibt es auch mit einer Doppelkabine, 5 Sitzen und großen Ladeabteil. Auch der Opel bietet Platz für bis zu 2 Euro-Paletten, 4,4 m³ Ladung und verfügt über einen Nutzlast von 800 kg. Auch bei den anderen Werten hält man sich an den Zwilling. Der Elektromotor verfügt über eine Peakleistung von 100 kW. Gespeist wird dieser durch eine 50 kWh Lithium-Ionen-Batterie, die unterhalb des Fahrzeugs montiert wurde. Dank seinem maximalen Drehmoment von 260 Nm beschleunigt der e-Cargo je nach Variante in nur 11,2 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und bietet eine elektronisch geregelte Höchstgeschwindigkeit von 130 kmh. Das regenerative Bremssystem mit zwei wählbaren Einstellungen erhöht die Effizienz weiter. Reicht das Platzangebot im Opel-Kombo e-Cargo nicht aus, dann kann man noch Anhänger bis zu einer Anhängelast von 750 kg ziehen und darf sogar Assistenzsystemen wie einer Anhängerstabilitätskontrolle vertrauen. Clever ist auch die sensorgesteuerte Überladungsanzeige. Der Fahrer kann per Knopfdruck kontrollieren, ob das Fahrzeug überladen ist. Hinzu kommen bis zu 19 weitere Assistenzsysteme, die das Fahren rangieren und befördern von Passagieren oder Gegenständen einfacher, sicherer und komfortabler machen sollen. So kann der Kombo e-Cargo auch mit dem sensorbasierten Flankenschutz ausgestattet werden, der vor lästigen und teuren Schrammen oder Remplan schützt. Das dürfte vor allem Flottenbetreiber interessieren und erfreuen. Weitere Assistenzsysteme von Müdigkeit und Verkehrsschildererkennung bis zum Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung sind ebenfalls erhältlich. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer soll zudem die permanente Rückfahrkamera erhöhen. Mit einem System aus zwei Kameras behalten Kombo e-Fahrer den Bereich hinter dem Fahrzeug und beim Rechtsabbiegen den normalerweise toten Winkel auf der Beifahrerseite im Blick. Das ist clever, denn ein klassischer Rückspiegel bringt in der Cargo-Version ja nichts. Je nach Fahrprofil, Außentemperatur und Nutzung soll der Opel Kombo e bis zu 275 Kilometer Reichweite gemäß WLTP bieten. An öffentlichen Schnellladesäulen soll die Batterie in ca. 30 Minuten bis 80% wieder aufgeladen sein. Je nach Markt ist der Kombo e-Serienmäßig mit einem einphasigen 7,4 Kilowatt oder einem dreiphasigen 11 Kilowatt Onboard Charger ausgestattet. In Deutschland ist der 11 kW Onboard Charger Serie. Für beste Onboard-Unterhaltung sind die Infotainmentsysteme Multimedia Radio und Multimedia Navi Pro verfügbar, welche beide mit Apple CarPlay sowie Android Auto kompatibel sind. Mit dem Opel-Kombo e-Cargo ist noch nicht Schluss. Man plant das komplette Opel-Portfolio leichter Nutzfahrzeuge noch vor Ende 2021 komplett zu elektrifizieren. Der neue Kombo e-Cargo rollt allerdings erst im Herbst zu den Händlern. Bis 2024 möchte Opel in jeder Modellreihe eine elektrifizierte Variante anbieten. Welchen Opel wünscht ihr euch elektrifiziert? Schreibt es uns in die Kommentare. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.